Hallo zusammen zu einer neuen Antrift. In dieser Folge treffe ich Ernest Alder. Er ist Professor Doktor für Sonderpädagogik und er doziert an der Hochschule Luzern. Mit René spreche ich über die Geschichte der Sonderpädagogik, was ihm wichtig ist an den Studenten, die Sozialpädagogik studieren, was sie mitbringen müssen, seiner Meinung nach. Und auch mit René spreche ich über die jetzige Sonderpädagogik, wie sie jetzt ist und wie er die Zukunft auch sieht. Ich danke René für das sehr interessante und auch ausführliche Interview. Es hat extrem Spass gemacht. Und ich hoffe, dass es auch euch so geht beim Schauen des super Interviews. Salut René, danke, dass du für dieses Interview zugesagt hast. Willst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst? Ja, sehr gerne. Salut Jan, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist René Stalder. Ich arbeite an der Hochschule Luzern. Ich bin dort Dozent und Projektleiter. Und ich unterrichte im Studiengang Sozialpädagogik und im Bereich der Forschung ein Kompetenzzenter, das Behinderung und Lebensqualität heisst, forschen und Dienstleistungsprojekte. Ich bin von Haus aus Primarlehrer. Also ich war Lehrer, ich habe nach der Sonderpädagogik und Sozialpädagogik und Betriebswirtschaft studiert. Und ich habe während mehreren Jahren in den Schulen gearbeitet, mit Kindern mit Beiträchtigung. Nach dem Studium war ich an der Uni Zürich und habe dort ein Forschungsprojekt im Bereich Lebensqualität von Menschen mit Behinderung gemacht. Und ich war noch in einer nationalen Fachagentur, das heisst Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, wo vor allem im Bereich Integration und Inklusion für die EDK so Projekte macht. Das ist so kurz zu meiner Person. Danke vielmals. Zu der Sonderpädagogik kommen wir noch und so. Aber zuerst möchte ich von dir wissen, René, was ist für dich eine Beiträchtigung? Ja, eine Beiträchtigung ist für mich, es sind so ein bisschen zwei Ebenen in meinen Augen. Einerseits ist es eine Beiträchtigung bedingt durch körperliche Funktionen oder geistige Funktionen, die nicht gehen, also durch eine Schädigung beispielsweise, also durch eine Sinnesbeiträchtigung, eine höhere Beiträchtigung, die medizinischen Sinn mit einer Schädigung zu tun hat. Und auf der anderen Seite, und das sagen auch unterschiedliche, zum Beispiel die Welt, die UNO sagt also zum Beispiel, auf der anderen Seite hat es auch eine soziale Komponente. Das heisst, es gibt einen Aspekt, wo nicht nur schädigungsbedingt sein muss, sondern wo aufgrund vom Umfeld, dass jemand beeinträchtigt wird, sei es von der Gesellschaft her, sei es durch räumliche Rahmenbedingungen. Und diese zwei Komponenten zusammen machen in meinen Augen eine Beiträchtigung aus. Sehr interessant. Und wieso hast du dich auch für dieses Thema so interessiert? Hast du selber jemanden in deinem Umfeld, der eine Beiträchtigung hat? Vielleicht klingt einer so, dass die Brüder oder so haben. Es ist wirklich so, das weiss man auch von der Forschung her, dass viele, die in diesem Gebiet nachher arbeiten gehen, im näheren Umfeld jemanden haben. In mir ist es nicht so, dass ich wirklich, wo ich mich entschieden habe, geheile oder Sonderpädagogik studieren, das war nicht das primäre Motiv gewesen. Ich hatte zwar ein Kind, ein Nachbarsbübe, hatte eine Cerebralparese. Und dann hatte ich als Kind schon Kontakt mit einem Kind, mit einer Beiträchtigung. Aber das Auschlaggebende war für mich schon. Für mich hat die Sonderpädagogik immer etwas Faszinierendes, das klingt jetzt etwas komisch, etwas Interessantes gehabt. Also die Frage, so unter einem Aspekt Bildung für alle. Nicht nur Bildung für die, die in die Regelschule gehen, sondern wirklich unter einem Aspekt Bildung für alle. Und das war für mich auch ausschlaggebend, dass ich in Sonderpädagogik übe, oder dass ich als Sonderpädagogik studiert habe. Und das Interessante war, nach dem Studium bin ich eigentlich vom Schulbereich weggekommen. Und das Interesse im Erwachsenenbereich ist von Zeit zu Zeit immer grösser geworden und immer gestiegen. Und es ist auch jetzt so, dass ich eigentlich mit Kindern und Jugendlichen mit Beiträchtigungen nur noch am Rand zu tun habe, Sondern auch die Forschung, die ich mache und im Unterricht. Dort stehen vor allem erwachsene Menschen mit Beiträchtigungen im Fokus. Und willst du uns ganz kurz mal einfach die Eckpunkte der Geschichte der Sonderpädagogik, wann hat das angefangen bis jetzt, so wie bei uns im Vortrag, einfach nur ganz rudimentär? Ja, also man kann anfangen oder man kann eigentlich das Rad zurückdrehen. Das ist vielleicht bis ins Mittelalter, wo Menschen mit Beiträchtigungen oder mit Behinderungen eigentlich, entweder sind sie einen Weg gesperrt worden, also wirklich verbannt worden, oder sie sind als Belustigung so auf dem Erd hingezogen worden. Und Behinderung ist, lange Zeit hinweg, ist das eine Sünde gewesen. Also Menschen mit einer Behinderung, also ein Kind mit einer Behinderung, das ist eine Sünde. Und es hat nachher so im Zeitalter der Aufklärung oder nach der Aufklärung, also sprich so 18 Jahre, mit dem Immanuel Kant, genau, also in Folge von ihm seinen Lehren, hat es wie eine solche Bewusstsein den Menschen gegeben oder bei Menschen gegeben, die unterrichtet haben. Wo mich so das Faszinierende gesehen ist, sage ich jetzt einmal, kann man Menschen mit einer Beeinträchtigung oder mit einer Behinderung, kann man denen etwas beibringen, sind die lernfähig. Und das Faszinierende ist, in einer ersten Phase ist vor allem gesehen, so Sinnesbehinderungen, also blinde oder sehbehinderte oder gehörlose Menschen, weil man dort wie, das war ja auch die Zeit, wo man z.B. Preisschrift entwickelt hat, oder wo man Gebärdensprache entwickelt hat, wo mich gefragt hat, wo man wie darauf aufmerksam wurde, dass die Menschen ja auch lernen können, die sind ja auch lernfähig. Und das ist, einerseits sind das in dieser Zeit so karitativ, also das sind so ... Pestalozzi? Ja, Pestalozzi ist so der erste gewesen, genau, also als christliche Ideal aus, zum Teil, und zum Teil aber auch so einfach aus einem Menschenbild her, im Sinne, dass man interessiert gewesen ist an diesen Personen. Und das hat sich nach über die Jahre, Jahrzehnte oder fast Jahrhunderte hinweg so entwickelt, dass auch in der Schweiz hier Schulen entstanden sind, z.B. hier in der Innerschweiz Hohenrhein, oder alle so die Institutionen, die von diesen Glaubensgemeinschaften gegründet worden sind, die im klassischen Sinn vor allem sehbeiträchtigte Institutionen waren, z.B. der Sonnenberg, der heute im Baar ist, die ursprünglich im Fribourgsee, das ist auch so eine Institution, die eine lange Tradition hat. Und so ein wenig nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das auch mit der Gründung der EIVA und hat sich das natürlich auch angefangen zu ändern. Also es hatten alle Kinder und Jugendlichen ein Anrecht auf Bildung, es sind viele Institutionen entstanden, in ganz viele spezialisierte Institutionen entstanden, und das hat ja auch dazu geführt, dass sie, je nach Behinderungsformen, ganz unterschiedlichen Bereichen, ganz unterschiedliche Institutionen gegeben hat, oder gibt immer noch. Und früher hat man ja auch einen Stumpfsinn nehmen, und ja, so auch in Psychiatrie wahrscheinlich. Aber das ist dann durch die EIV wahrscheinlich auch etwas aufgelockert und spezialisiert worden. Ja, es ist gerade im Erwachsenenbereich, es war sehr lange Zeit so, dass erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung, wie du richtig gesagt hast, in Psychiatrie gekommen sind. Und ja, weil auch das Wissen zum Teil zu wenig vorhanden war. Und es gab so eine Entwicklung in den 1960er, 70er Jahren, wo man diese Leute mit geistiger Behinderung, vor allem aus der Psychiatrie, anfangen herauszunehmen, weil man auch gemerkt hat, die sind dann komplett auf falschen Orten aufgehoben. Sie haben die Ansätze, die man mit ihnen arbeitet, also es waren vor allem medizinische Ansätze, das war doch nicht ein sehr förderliches Umfeld. Aber ein Übergreif stört mich heute noch, nämlich die Sonderpädagogik. Sind wir dann immer noch etwas Gesonderes? Ja. Oder ändert sich die langsam auch? Oder Heilpädagogik? Dann willst du uns wie einen Kranken an eine Stelle. Darum, diese Frage habe ich wirklich studiert, ob ich sie so noch bringen würde. Wir sind ja wirklich mit der ganzen Inklusion auf dem guten Weg, aber warum immer noch so der Spitalanstrich? Ja. Ja, das ist, also gerade in der Schweiz, da sind die Begrifflichkeiten zwischen der Sonder- und der Heilpädagogik, das sind so ein bisschen historische, gegebene Streitigkeiten, sage ich jetzt einmal. Heilpädagogik vor allem in katholischen Gebieten, also Freiburg zum Beispiel, wo es der Hintergrund oder der Hintergedanke war, auch die Menschen zu heilen, also, ja, dass sie zu befähigen, oder aus ihrer Behinderung heraus, oder wie auch immer. Und der Gegenbegriff ist vor allem in Zürich, oder ohne Zürich verwendet worden, aber auch einfach in deutschsprachigen Raum, also in Deutschland auch, als Abgrenzung zu der Regulpädagogik, oder zur Allgemeimpädagogik. Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich finde beide Begriffe, finde ich nicht unbedingt sehr, sehr gelungen. Nein. Wir können jetzt da lange darüber diskutieren, dafür und dann wieder, aber, ähm, ich probiere es jetzt ein bisschen positiv zu sagen, man könnte auch sagen, es ist eine besondere Pädagogik, also, nicht im Sinn von absondern, sondern es ist eine besondere Pädagogik, im Sinn von, ähm, ja, es braucht auch einiges an Können und Know-how, sage ich einmal. Aber, ich finde, im Jahr 2018 ... Mit der ganzen Inklusion und Teilhaben. Genau.